Prinz William hat sich von der Kamera bei der Arbeit begleiten lassen. Er steht im Mittelpunkt einer mehrteiligen Dokumentation. Prinz William, 42, wird zum Filmstar. Im Juni 2023 stellte er seine Initiative Homewards vor. Diese hat es sich zum Ziel gesetzt, Obdachlosigkeit in Großbritannien selten, kurz und nicht wiederkehrend zu machen. Dazu erscheint im Herbst ein mehrteiliger Dokumentarfilm, mit dem 42-Jährigen als Hauptdarsteller. Ein ganzes Jahr lang begleitete ein Team den Thronfolger bei seiner Arbeit für Homewards. Im Herbst wird die zweiteilige Dokumentation Prinz William, wie Ken and Homelessness auf dem britischen Fernsehsender ITV1 ausgestrahlt. Unglaublich bewegende Geschichte Im vergangenen Jahr haben wir Prinz William und die Royal Foundation während des ersten Jahres des Homewards-Programms begleitet. Wir haben einige unglaublich bewegende Geschichten von Menschen aus dem ganzen Land gehört, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, wird Leo Burley, der Regisseur des Dokumentarfilms, vom US-Magazin People zitiert. Die beiden Filme würden ein umfassendes Bild der Obdachlosigkeit in Großbritannien zeichnen. Durch die Prominenz von Prinz William würde das Thema viel Aufmerksamkeit erhalten. In den Fußstapfen seiner Mutter Der Thronfolger setzt sich seit Jahren für die Bekämpfung der Obdachlosigkeit in seinem Heimatland ein. Auch seine Mutter, Prinzessin deiner 36, war ein engagierter Royal und nahm ihn und seinen Bruder Prinz Harry, 39, schon als Kinder mit in Obdachlosenheime.